Hey, du wirst diesen Sommer fertig mit der 10. Klasse? Dann komm zu uns ans BK. Aber du fragst dich, was bietet mir das AHAF Berufskolleg überhaupt? Das werden wir euch jetzt beantworten. Erstens, ich mache hier nicht nur mein allgemeines Abitur, sondern parallel dazu die Ausbildung zur Erzieherin. Zweitens, ich mache mein allgemeines Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Und das Coole an diesen beiden Bildungsgängen ist... Du bist nach deinem Abitur trotzdem noch voll flexibel. Und nächstes Jahr haben wir etwas ganz Neues für euch. Ihr könnt bei uns am Berufskolleg euer Fachabi bzw. die höhere Handelsschule machen. Und dafür brauchst du noch nicht mal ein Kuhvermerk und hast in zwei Jahren dein Fachabi. Und dann hast du sogar die Möglichkeit, an einer Fachhochschule zu studieren. Oder in zwei weiteren Jahren dein Abitur zu erwerben. Wow! Warte mal, ist überhaupt noch Platz am BK? Ja, auf jeden Fall. Egal ob du von der AHAF kommst oder von woanders, bewirb dich über unsere Homepage. Wir freuen uns auf dich!